... mit einem 3 Liter V6-Kompressor mit 340 PS, einem 8-Gang-Automarkt-Bekriebe, 19 Zoll in allen Fällen, einem 5-Gang-Start-Stop-System, elektrisches Faltdach mit Windschrauben, einem Touchscreen-Navigationssystem, einen guten Fahrschweigernichtung, USB und einen iPod-Anschluss. Und das alles im Gesamtwert von über 80.000 Euro für dieses schöne Auto. Wir müssen eine Frage richtig beantworten. Wie lautet in welcher TVD ist Tombeck seit Jahren zu sehen? Telefonnummer 01-309-36-3600, Alarm für Cobra Helf, WN-Ziffer 1, Berlin, Thailand, WN-Ziffer 2, A oder B, SMS an die 40 400. Heute Abend geht es bei uns um 200.000 Euro für Lajos, momentan für Tombeck mit 3 zu 0, gleich wird Rennball gespielt, Daniel Ram. Am 26.9- Publikum wird in Deutschland gebeten. Bei die Musiker.